hallo ihr lieben ihr seht ich habe wieder ein set ich werde euch heute oder morgen also je nachdem wie es jetzt am besten schaffen so ein zwei drei vier sets vorstellen und die sind alle von der firma raya ich verlinke euch die auch jeweils immer und habe hier diesmal das sind so eine filz elche oder renntiere und ich muss dazu sagen ich war jetzt nicht ganz so zufrieden ich war mit der anleitung nicht ganz so zufrieden ich habe mich eigentlich mega drauf gefreut gehabt und das eine mal habe ich mich tatsache einfach dusselig angestellt weil es sind eigentlich von jeder sorte von elch und renntier jeweils zwei da ich habe leider dieses eine renntier nicht auseinanderbekommen das heißt das waren dann ist letztendlich dann auch nur eins geworden und ich fand es halt tatsache unheimlich schade weil einfach die anleitung so doof gemacht war sage ich jetzt mal und ich habe das feedback auch schon an die firma raya gegeben die sets werden jetzt so auch nicht mehr nach bestellt aber sie sind aktuell soweit ich noch weiß noch zu erhalten und wie lange weiß ich nicht müsste schauen ich verlinke sie euch auf jeden fall ich sag mal ich fand es jetzt unheimlich toll jetzt einfach mal was so zusammen zu kleben zu schauen wie funktioniert es am besten und aber ich habe mich wie gesagt ein teil wird wahrscheinlich auch meiner doofheit geschuldet sein dass ich einfach manches nicht verstanden habe aber es waren einfach teile mit dabei wo ich dachte die sind auf dieser anleitung gar nicht dabei wo bitte soll ich diese jetzt hin machen ich habe mir dann irgendwie geholfen indem ich dann halt eben das was ich jetzt gerade habe dieses schwarze teil war halt so überhaupt nicht zu sehen dieses große schwarze teil und das fand ich halt so ein bisschen schade weil ich jetzt überhaupt nicht ich musste kreativ werden nämlich ich habe es letztendlich zerschnitten und aber wie gesagt sie sind trotzdem unheimlich süß geworden und dadurch denke ich ist das auch vollkommen in ordnung und ich kann sie dann an einen weihnachtsbaum hängen was ja so der sinn der sache war wie gesagt das sind zwei unterschiedliche motive bei dem zweiten habe ich tatsache dann eben auch das auseinander bekommen so dass ich halt jeweils dann auch zwei machen konnte ja war ein bisschen schade aber das ist okay und ich konnte jetzt damit dann auch ganz gut leben dieses zusammenkleben man musste selber dort dann den kleber also den klebstoff noch mit dabei haben also der war jetzt direkt in dem set nicht mit dabei also man sollte so ein bisschen schauen ich habe jetzt alle meine sorten kleber einfach mal hingestellt gehabt und geschaut was könnte eventuell passen und dementsprechend habe ich dann es hat auch gut gehalten also es hält bis jetzt ich habe es vor ein paar tagen schon gemacht das set und das wie gesagt das hält aber ist natürlich einfach schade wie gesagt vielleicht habe ich einfach andere ansprüche und probiert gerne selber aus wie gesagt ist nicht dass ich jetzt total unzufrieden war aber ja ich hoffe ihr versteht mich und wie gesagt die sind trotzdem sehr sehr schön geworden und ich werde euch noch ein anderes set nachher vorstellen das ist mit holzperlen ich mache jetzt so eine serie relativ zackig hintereinander mit damit ihr das unter umständen noch zu weihnachten euch machen könnt euch bestellen könnt reihe hat sehr sehr schnell geliefert also vom liefer service her und auch vom kundenservice her fand ich die bisher sehr sehr angenehm und die haben unheimlich viele sets einfach auch so zum ausprobieren ich habe noch ein paar sets zu hause wo ich jetzt schauen muss wie ich jetzt in meine reihe mit reinpacken es sind keine weihnachtssets mehr deswegen ich habe jetzt die weihnachtssets mache ich jetzt in den nächsten tagen dass ich sie euch hochlade und ihr schauen könnt und dadurch wie gesagt also reihe ist an sich eine firma die sehr schnell auch reagiert ich habe wenn dann kontakt gehabt über instagram mit denen und die haben auch relativ schnell immer geantwortet und genau also dementsprechend ich hoffe ihr könnt mit dem video auch etwas anfangen und lasst mir gerne ein däumchen da nach oben am besten nicht nach unten und dann kann ich mich da auch gerne um andere sachen noch andere sets noch mal schauen wie gesagt falls ihr da irgendwie ideen habt was ihr euch gerne von mir wünscht schreibt mir tatsache gerne lasst ein kommentar da lasst gerne ein abo da lasst ein daumen nach oben da lasst im zweifel auch gerne kritik da falls euch irgendwas nicht gefällt was vielleicht nicht schön ist was ich vielleicht gerne anders machen soll das ist halt ja oft geschmackssache aber ich will natürlich auch mir machen die videos spaß und ich möchte natürlich auch dass sie euch spaß machen beim schauen und ich versuche mir da immer ganz viel mühe zu geben euch daran teilhaben zu lassen was ich halt ausprobiere und dadurch wäre das natürlich schön wenn dann so ein bisschen feedback da kommt mir fehlen grad die wörter also ihr seht ich hatte tatsache auch die nadel fehlte was aber oft oder eigentlich immer da steht was gebraucht wird auf den sets also bevor man bestellt kann man reinschauen was brauche ich noch zusätzlich hier war es jetzt eine schere der klebstoff und die nadel und das war jetzt natürlich dann einfach auch relativ übersichtlich das war jetzt okay konnte man halt auch gut machen das glaube ich auch ganz gut für kinder jetzt gedacht wenn man so ungefähr weiß wie man es machen muss und wie gesagt das so zusammenkleben und so ich glaube da können die kinder auch viel spaß daran haben und können dann am weihnachtsbaum schauen wie ihre selbstgemachten elche oder renntiere diese dann dort dran sind und immer schön beobachten die können auch mehrere jahre hintereinander immer wieder angegangen werden die werden so schnell jetzt nicht kaputt gehen also dementsprechend probiert gerne mal aus wie gesagt nur weil ich mich jetzt ein bisschen dusselig angestellt habe heißt das nicht dass andere das auch machen müssen und wie gesagt ich habe jetzt zwei beziehungsweise insgesamt sind es drei renntiere elche wie gesagt ich kann es nicht so richtig unterscheiden und dementsprechend hoffe ich dass ihr da vielleicht ein bisschen spaß daran habt dann wie gesagt ich verlinke euch den das set gerne unten in der infobox aktueller stand ist tatsache dass es noch da ist ich hoffe das bleibt auch noch so damit ihr eine chance habt euch das gerne zu bestellen und damit ist das set auch fertig und ich hoffe ihr habt einfach einen schönen tag noch bis dann tschüss